ich brauche ein bisschen gold, also was verkaufe ich? holz? leid, das war einkaufen, fuck na komm, ich brauche gold komm, ich will das weiterentwickeln ähm, hier das euer Bruder, ich will da keine Nahrung mehr was hast du? ich will da keine Nahrung mehr was machst du denn? ich hab noch genug bauerhaufen Leute ja, trotzdem ich hab langsam Platzprobleme so wissen wir, der die Mauer gebaut hat ja, das mit dem Platzproblem, das kommt mir bekannt vor irgendwo so, da kommt jetzt Juhu ist dein Weltwunder eigentlich mittlerweile schon fertig? äh nein ich seh schon dauert noch ein bisschen hm BÄM Lola ist ein Gegner die wollen den allen ernstes plätten okay, er ist tot ich nehm alles zurück ist fertig nicht nicht fertig dauert noch ein Stück so, mein Miniarmee nimmt Gestalten an okay okay okay, okay, okay komm, weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln oh mein Gott Faulinsen oder was? ne, nicht hier nicht in meiner Stadt nicht in meiner Stadt okay und weiter geht's hui das kann noch dauern das dauert auch noch das ist fertig das ist noch nicht fertig ja, wir könnten gleich mal einen ersten Angriff starten vielleicht wer weiß ja, gleich wird's eh lustig wieso? 86% oh, Bucke da freu ich mich schon drauf, wenn die das alles auf dich konzentrieren ja dann greife ich sie mit allem, was ich hab an nehm ich gar nix ich hab jetzt schon Miniarmee, ne? ja, nehm ich gar nix ja, Miniarmee ist ja nicht nur naja, ist Mini was hast du doch? so gebäude, ne? war angreifen kann man auch mit ner Miniarmee, ne? ja kann man scheiße ich will zu verkaufen außerdem vergrößert sich ja stetig ach, jetzt weiß ich wieso ich nie einen Marktplatz hab ihr? warum? ich hab keine Mühle gebaut ja, das ist, jetzt ist die Frage was ist peinlich ja, meinen versehen dass ich noch nicht in einem, äh scheiße, wie heißt die Zeit jetzt? Imperialzeit Imperialzeit war oder euer Fehler beziehungsweise dein Fehler dass du halt keinen Marktplatz hast weil du keine Mühle hast ja du mal frage, woher bekommst du da ganze Nahrung? ich? Felder? ne, ich mein ja, der Dirk wenn er keine Mühle hat hab ich auch grade ich hab noch 18 Felder kannst du vor der Mühle bauen glaub ich sogar ne ne, ich hab keine Felder ja wie produzierst du Nahrung? Teron hat ein Weltwunder fertiggestellt sie werden gewinnen wenn es 300 Jahre übersteht wie lange dauert ein Jahr? ja, lol hier oben guck, oben rechts 296 so, Marktplatz 25 er geht auch ziemlich schnell ja, ich will wenigstens noch ein bisschen battlen ja dann mal gucken wie lange der Dirk aushält also mein Arbeiter hält's nicht lang was komm, hilf ihn auch wenn du zu spät kommst wo bist du, was machst du denn? und dann Carsten wollen wir mal ein bisschen angreifen? bisschen Party oder so? ja, ich greif den unter mir an mal gucken wie gut die anderen sind meine ganze Einheit wird jetzt dezimiert das weiß ich jetzt schon ja, ich will auch verlieren das weiß ich jetzt schon sowas von dass meine ganze Einheit im Arsch schneiden wird aber macht ja nix dafür ist hier Entertainment ja Entertainment ist was anderes aber naja ey Alter wenn schon mal die Hälfte von den ganzen meinen Einheiten das lang braucht ne das ist ja ekelhaft so ihr seid jetzt Nummer 1 ok aber solangriff wer hat denn die Reliquien? lol der grüne ok naja dann greife ich ihn an wobei wir werden so oder so wenn Dirk überlebt gewinnen wir werden so oder so wenn Dirk überlebt gewinnen der coole Ansatz der macht's ja wenn Dirk überlebt wobei wir haben ja jetzt schon 269 Jahre ja ja genau ich greife mit dem Schaf an ja Feuer gewinnt selbstmordschaf mit C4 erst nach Entwicklung lassen sich Gebäude bekehren was soll ich denn noch weiterentwickeln? ich hab da schon alles 1 1 das ist blöd ich hab noch nicht mal einen Mönch ich hab schon mal ich bringe ihn mal ein paar bauen brauche ich mal drei Stück ne ne du bekehrst keine Einheiten du scheiß Mönch verpiss dich ok ich glaub die haben die sind ein bisschen stinkig auf mich wieso weil du die angreifst? unmöglich ja die haben auch schon eine kleine Armee also nichts ist nichts ist was anderes er war nicht untödig meine ganze Einheit ist schon fast dezimiert sagen wir es mal so ja wie viel machen wir es mal so ähm also er hat ein größerer Mäh wie 2 ja Dirk halt das Weltwunder bitte ja das war so ziemlich mit meiner Einheit ich hab gerade ein Gebäude zerstört und das war's ok ich bin natürlich wahrscheinlich auch in der Hauptding eingebrochen aber ich baue meine Mauer gerade weiter gut ja komm zerstört mich noch ja jetzt hab ich auch mal endlich einen Platz ok ich wollte die eine Einheit bekehren hab's gemacht und dann mein Prinzess gestorben ok meine Einheit ist weg alter wie viel hat denn der hier also ich greife als erstes mal den in der Mitte würde ich es an er greift die grünen nein oder der grün hat alle Reliquien deswegen und das ist der bei mir unten wobei hier auch ja der andere wieso wird mir das Kloster angezeigt vor dem ach so wegen der Kallografie ach so ne du siehst die Kloster wo eine Reliquie drin ist mhm weil da ist auf welcher vorne drauf also haben sie eine war es nicht so ach hier ist es in dem Fall Kloster rot das wird jetzt angegriffen ach von den Goten ja und ich werde nö ja du kannst ja versuchen die Klippe runter zu springen du Spacko mal gucken ob er es überlebt oh da kommen sie schon und empfangen mich dent kriester machen wir nochmal hier vier dann hier das kann ich den hier wenn du noch ein paar mehr wie gedacht komm hier immer mehr kommt voll der Nahangriff was komm immer mehr bei mir wir sind uns aus allen Ecken gerannt nicht genug gold das ist in der tat schlecht mein großes problem ist dass ich kein gold habe aber ich habe noch zu viel holz kann ich verkaufen ich kriege über 14 gold für eine holzladung das ist doch viel zu oft verkauft ja ist mir egal okay ja kann und ihr alle auf ihn der kalte das weltwunder es wird unser wunder wir können nur so gewinnen wir werden den gegner niemals besiegen habe ich gewonnen was die vorschläge da hier habe ich gewonnen um einbruch schon als um schießstand heißt es kommen klatsch ihn weg ja ich werde angegriffen von irgend so einem spacko aller er kann ja mal gar nichts kann der ja mein kann und hier greift das gebäude an jippie alter machte schaden das macht leicht heftigen schaden eine einzelne einheit macht das innerhalb von klatsch sie weg carsten genau ist das letzte kloster ach deswegen verteidigt er so weil der die reliquie drin ist scheiße über mich angreifen ich habe jetzt noch mal so eine kleine misch einheit gemacht die wollen mich ein bisschen angreifen was sind das für viele hier tun und deutsch ritter deutsch ritter du wirst so oder so drauf gehen was willst du denn bei mir was willst du bei mir war es auch gehen wird er wird nur verlieren der mensch auf dem mensch 1 erstellung einzeln weil er halt die nummer oder haben willst haben wir noch so steuerung eins ok jetzt geht es rund der wieder meine halbe einheit verloren zu was von unten ach so von hier du kannst oben laufen bei dir direkt ganz oben ich hab seine einheit wieder dezimiert ach so da oben sondern eine einheit von mir kommt ihr heiler spaß halt mich beim heilen ne ihr werdet mich nicht bekehren nene 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 alter hatte viele heiler das glaube ich jetzt nicht Was zur Hölle? Ich greife mir weiter um. Ja, mein eigentliches Ziel ist es ja nur, das Zeug zu töten. Seine, seine, sein Kloster. Ja, wie viel Einheiten der halt produziert? Scheiße, da ist ein Paladin draufgegangen. Scheiße, jetzt ist mein Kloneer kaputt gegangen. Einfach Angriff, scheiß drauf. Unrucksicht auf Verluste. Steig du zu in der Lage sein. Ich hab für den Katapult ausgeliehen. Ausgeliehen. Komm, ballert. Meine ganze Nahrungsproduktion hat ausgesetzt, wenn ich angegriffen habe. Oh, ein Scheiß, dass wir überall Feldler hinbauen. Das ist jetzt schlecht. Okay. Ja, wir haben eh so gut wie gewonnen. Komm, die Brüch schafft er noch. Ohne. Ja, auch wenn ich mal wieder... Ja, Bruck ist kaputt. Ich bin immerhin schon bis zu den Dorfzentrum vorgedrungen. Komm, einfach nur hier. Ich hab's noch geschafft. Oh, scheiße, wir haben zwei Brüchen. Jetzt geht's nochmal mit zwei Kanonieren. Mit ganzen zwei Kanonieren. Auf das Kackding. Komm, 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 komm. Nein. Jetzt hat er hier leichte Kavallerie. Nein. Komm, greif das Ding an. Ja. Jawohl. Okay, das Kloster hält nicht lange, wenn ich so weitermachen darf. Und ich mach's so weiter. Und es dürfte gleich down sein. Drei, zwei, jetzt noch eine Kugel. Und down ist es. Reliqui liegt da. Lol, der hat noch zwei, das Kloster, der Affe. Ich halt's auf den Kopf nicht aus. Der klingelt noch ein bisschen ab. Ich kümmere mich um die Häuser. Lol, jetzt erträgt der Mönch das zum nächsten Kloster. Naja, da kannst du schön hinlaufen. Bringt dir nur nix. Weil's genau jetzt weg ist. Komm, komm, komm. Weiter, 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 weiter. 90 Jahre und dann... Ich hab das Gebäude eingenommen. Egal. Komm. Elite-Kämpfer, das kannst du noch schnell machen. Äh... Hier, geil. Kleines Problem, stimmt. Meine Kanonierer sind für'n Fernkampf und nicht für'n Nahkampf. Aber auf jeden Fall ist mir kurz zum Gewinn. Auch wenn das mal wieder der total dümmste Sieg der Welt ist, aber wir gewinnen irgendwie. Ey, die hab ich jetzt auch ganz schön für eine eingeheizbar Gebäude zerstört. Steppenturmäßig, ja. Komm, baller noch mal ruf. Jawohl, auf die Mühle. Auf die Mühle. Okay. Und jetzt sind meine Einheiten weg. Und ich sag nur eins. Ja, gib deinem Internet-Provider die... Ach, ja, ey. Ey, wo haben die denn... Lol, der hat noch ein Kloster, der baut 500 Klöster hier, der Kloster. Der klostert sich ein. Ist das ein Spacko, Alter. Ohne Mist, ne? So. Ja, ich bleibe bei meinen Kanonieren. Alle dir richten ja so viel Schaden an. Das war schon... Nice. So, ich find 60 Jahre muss ich ja noch hier... Okay, äh, noch 60 Jahre verbleibend. Wo mir graue Haare wachsen werden. Äh, Dirk? Deine Einheit ist im Arsch, kann das sein? Ja, ja, Einheit sind im Arsch, aber ein paar Gebäude von denen natürlich auch. Carsten? Deine Paladin warten auf Befehle. Ich sammle grad noch. Ja, komm, du musst nur einen Angriff machen. Die 55 Jahre, die sind schneller vorbei, als dir lieb ist. Als es dir lieb ist. Boah, die... Ja, was bewegen die sich auch in Zeitlupe? Ich brauch ein Jahr für... Ich traue dir ja schon ein paar Jahre rum, um so einen Scheiß auszubilden. Echt? Tja, das hat ein Paladin. Okay, ich schreibe einfach mal den an, wo ich jetzt hab. Angriff los. Ja. Okay. Nein. Ich brauche was zu essen. Nein, brauche ich nicht, aber... Ein bisschen Holz, bitte. Und? Ein bisschen Gold, bitte. Hey, pack mich nicht an! Kann man Buch bekehren? Schreck nicht mit dem Ding auf mich! Glückwunsch! Hey, da ist es auch! Glückwunsch! Glückwunsch! Bloll, auf die Festung! Du musst Kanoniere machen! Mach ich jetzt auch nicht mehr, ich guck dir nur noch zu, wie du den basht. Ich habe ja Kanoniere, aber die brauchen noch ein paar Jahre, bis sie angekommen sind. Ah ja, da kommen sie, zwei Stück. Weil die machen so viel Schaden, übrigens, da kommen welche von oben. Beziehungsweise von unten, besser gesagt. Ja, da haben wir zwei Mönche, der macht das schon. Ne, zwei Mönche sind nicht so schnell so. Auf jeden Fall, die Kanon ziehen jetzt mächtig ab. Die ziehen, glaube ich, 300 ab, ja. Knapp 300 in einem Schuss, Alter. Ja, hier greift da oben ein an, die anderen tun erstmal den Angriff da hier ab, fuck man. Ja, Nico, deine Kanonierung? 25 Jahre noch, ey. Ja, da, 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 da haben wir noch ein paar Jahre noch, dann haben wir gewonnen! 23. Wir haben unsere Gegner damit geschlagen, dass wir so einen Kack-Weltwunder gebaut haben, das ist so einen chinesischen Dämpel. Japanischen. Achso, du warst Japaner, sorry. Ja, wir wollen ja jetzt nicht rassistisch sein und so, aber. Du willst nicht rassistisch sein. Ja, bei deinen rechten Einheiten. Ja, 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 ja. Also, ne, das kommt jetzt alles falsch rüber. Ja, weil's falsch ist. Weil du falsch bist. Das ist halt so, wenn man oben Leute baut und nur drei Leute gleichzeitig auch noch hin und her schickt. Tja, aber ich würd' sagen, das war's jetzt eh dann. Ja, das war's eh dann. Also, fast elf Jahre. Elf Jahre ist eine lange Zeit. Dein Weltwunder wird jünger anstatt älter. Was denn? Da steht's doch! Da steht's doch! Ich kann's auch nicht ändern. Na, fünf. Jetzt mach nicht so einen Countdown wie bei Silvester, das ist langweilig. Drei! Fünf, vier, drei! ZWEI! Oh Gott. OIT! Null? Null. Und immer noch verloren. Scheiße, ey, komm! Das Ende wäre fast kaputt gegangen. Ja, sie haben die Kontrolle über die Reliquien verloren. Ja, und ist unser Regal. Ich hab gesehen. Klick auf Menü, dann... Was? Klick auf Menü, dann Laufspiel beenden. What? Das Menü war die Schriftrolle, oder? Achso, laufende Spiele, da war ein Punkt noch. Ich krieg grad voll die Errungenschaften. Your ELU-Score has not changed. Match contained. All players... AI players. Erster Sieg, erster Sieg. Also, laut meiner... Ja, ich krieg auch ein paar... LOL! Wo... 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 Wie bitte? Ich... Aufmerksamkeit. Erschaffung deines Ersten Weltbundes. Ja, ich hab ja nicht mal was erschaffen. Aber laut meiner... Ja, es war hier meins! Laut meiner Punktzahl... Achso, die Punkte sind nicht gemischt. Also, die sind nicht geordnet, so muss ich sagen. Ja. Vom Militär bin ich aber an zweiter Stelle immerhin. So. Das wenigste wahrscheinlich gehabt. Kaiser Konstantin hat überhaupt kein Militär gemacht. Auf den hätten wir uns konzentrieren müssen. Ja. Ansonsten... Ich hab aber meistens Materialen abgebaut. Wo steh'n das? Also... Äh, Wirtschaft. Ey, Dirk, wie schaffst du es mit 750 abgebaute Nahrung, das Spiel zu überstehen? Ich hab noch 18.542. Das kann doch nicht sein. Ich bin mal ins Hauptmenü, weil bei mir das Spiel ein bisschen gespackt hat. Tja, das war auf jeden Fall eine Sonderfolge von, äh... So laufende Schuhe, da komm ich nicht. Mit, äh... Noobs at work und so. Echtig. Das war ja wohl so noobig, Alter, durch das Weltwunder zu gehen. Wir sind einfach nicht die besten Strategie, Leute, aber... Naja. Wir hatten unseren Spaß. Das auf jeden Fall. Wir hatten unseren Spaß und haben trotzdem gewonnen. Ja, das ist das Wichtigste. Hihihi. Na gut, äh... Wir gucken dann mal, was dann so als nächstes kommt, ne? Ja, bis zunächst mal. Servus. Tschüss. Tschüss.